Hm, Wässerchen. Sehr gut. Hm, das deutet doch darauf hin, dass wir einen Schritt weitergekommen sind. Genau, hier waren wir drin. Ich dachte schon, oh, da ist jetzt eine Tür aufgegangen. Was erwartet uns da noch? Aber nein. Ich sehe, dass alle Teile, die du brauchst, sind. Ich weiß, ich habe kein Recht, dir etwas zu fragen. Aber wenn du es in deinem Herzen findest, um die Bedürfnisse zu holen, bevor du den Mann zu holen möchtest, gibt es noch eine Chance, dich zu retten. Bitte, mein Herz ist in deinem Herzen. Ähm, ich wollte gerade sagen, der Typ erscheint mir irgendwie sympathisch, zumindest soweit es eben geht. Ich würde ihm eigentlich helfen wollen. Ja, 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 ja. Das habe ich schon verstanden. Ich weiß nur nicht, wie man es jetzt zusammenbricht. Vielleicht hier einfach in dem Glas? Ich kann nichts direkt zum Blut hinzufügen. Substanz muss erst gereinigt werden. Aha. Mir ist allerdings noch was anderes aufgefallen. Ich glaube, das hat es nicht in die Aufnahme geschafft. Ja, 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 ich komme gleich zurück. Ähm, mir ist etwas aufgefallen. Ich glaube, das hat es nicht in die Aufnahme geschafft, die letzte. Äh, als ich hier zurückging, habe ich hier nochmal geguckt auf diese Tür und da steht nämlich Labor. Ich könnte mir fast vorstellen, dass wir da irgendwie reinkommen müssen, oder? Ich kann uns einfach durchboxen. Kann nicht verwendet werden. Aha. Labor klingt irgendwie so sinnvoll. Ich meine, warum sollte es auch ansonsten hier stehen? Klingt so sinnvoll zum Zusammenmischen von Sachen. Hm. Grübel, Grübel. Ich lese nochmal eben, ob ich da irgendwas in den Aufzeichnungen finde dazu. Ein Moment. Also, die Aufzeichnung gibt irgendwie nicht so richtig was. Ähm, Herr. Ja, 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 ja. Ich weiß, ja, ich weiß, ja. Ja, ja, I find it in my heart, aber ich muss mal herausfinden, wie das hier geht, Junge. Ähm. Ähm. Ba-ba-bam. Mal gucken. Das ist schon irgendwie ein bisschen ein Longshot. Ich weiß nicht, ob das wirklich, äh, funktioniert, aber ich würde gern mal in den, ja, hier in diesen Altarraum gehen. Wie abscheulich dachte er, gute Menge Männer können glücklich sein. Wenn wir hier abreisen, ja, 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 das hatten wir schon. In den Altarraum gehen und mal gucken, ob ich das, ob ich dieses Gefäß da irgendwie hinstellen kann auf diesen Tisch, den wir da gesehen haben. Und ob so vielleicht eine Art Reinigung vollzogen werden kann. Ah, shit, shit, shit. Was? Ich war hinter der Tür. Schlaf, ja, leck mich. Ihr Wallhacker. Ihr habt das ganz genau gesehen? Ich hab die Tür zugemacht. Yes, das, nee. Hazel verbrachte den ganzen Sommer im Bett. Er las ihr immer vor, nachdem er seinem Vater bei der Arbeit geholfen hatte. In seinen Gedanken war sie wie, sch, was? Und lange, äh, und solange er ihr Geschichte erzählte, würde sie sich, ach, Mist, ich hab das jetzt vermasselt. Aber ich bin, äh, gerade ein bisschen geschockt, was hier geschieht. Okay, also ich glaub jedenfalls, dass es so sein sollte. Das sollte geschehen. Du hast mich gefroert. Ganz ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher, was mit dir zu tun. Ich habe keine Gründe gegen dich, Daniel. Wir sind so sehr ähnlich, du und ich. Das glaube ich nicht. Ich denke schon. Es erklärt so viel über deinem Verhältnis. Ja, bitte sehr, leck mich. Ich, ich werde überhaupt nicht hier versauern. Wir werden uns hier verdammt nochmal befreien. Hm, hier gibt es doch Möglichkeiten. Einige Ziegelsteine sind lose. Sie können sich aber nicht mit der, sie können nicht mit der Hand entfernt werden. Ja, zum Glück hat er uns überhaupt gar nichts abgenommen. Auch die ganzen Orbstücke hier und so. Hat er uns einfach mal gelassen. Ja, vielen Dank dafür, mein Freund. Dann können wir doch mal gucken, ob wir den Meißel zur Abwechslung mal für irgendwas einsetzen können, für was er gedacht ist. Aha, ein... Uah, hei, 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 hei. Wie, wie marode war die Wand denn, dass die hier direkt in Einzelteile zerfällt, was? Ja, und ich frage mich so ein bisschen, ob wir uns jetzt irgendwie beeilen müssen oder so. Ähm, kommen wir denn hier raus? Wir kommen hier raus. Aha. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut und ich hoffe, wir haben Agrippa jetzt nicht irgendwie bereits im Stich gelassen oder so. Ich glaube aber fast nicht. Was können wir denn mit dem Brunnen hier tun? So lassen wir das Seil, ich glaube, runter, ja. Können wir es denn auch hochholen? Was passiert denn dann? Aha. Da ist erstmal nix. Können wir denn jetzt hier das Ding dranhängen? Nee, können wir nicht. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht warum. Oder hier das abgenagte Ding, aber nee. Das funktioniert so nicht. Na gut, dann gucken wir mal in die übrigen Zellen hinein. Das sind auch noch unsere Freunde. Hier die. Die Ratten, die finde ich zwar ein bisschen süßer, aber... Zur Not, ne. Zur Not freundet sich der Teufel auch mit Schaben an. So. Wieder noch ein bisschen Öl in unserer Lampe geht so. Jetzt wieder ein bisschen mehr. Letzte Notiz des Gefangenen. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich schreibe nur, um mich nicht noch einmal an die Geschehnisse der letzten Tage erinnern zu müssen. Wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und die Zeit wird mühelos vergehen. Ich habe begonnen, mich von meinem Gefängnis zu entwöhnen. Als ich hierher kam, fühlte ich mich zuerst wie in einem Grab. Aber jetzt fühle ich, dass mir diese Wände Trost spenden. Solange ich hier drin bin, fühle ich keinen Schmerz. Die Wände schützen mich vor dem, was draußen geschieht. Ich habe sogar gelacht, als einer der Wärter seinen Schlüssel auf die Rohre fallen ließ. Es gab mir eine Sekunde lang die Hoffnung, dass ich hier rauskommen könnte, wenn ich nur sie von hier aus erreichen könnte. Aha, dann müssen wir gleich mal gucken. Das waren wohl auch die letzten Worte in der letzten Notiz dieses Gefangenen. Ich weiß es nicht genau. Gibt es denn hier sonst noch etwas? Dann gucken wir in den nächsten Raum hinein. Das ist ja auch eine super Gefängniszelle. Das ist die sicherste Gefängniszelle. Schniebel. Ähm, was ist hier gerade geschehen? Haben wir gerade nochmal nachempfunden, was hier geschehen ist eben, was dazu geführt hat? Das kann sein. Huhu, ha, 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 ha. Schön. Ähm, ja, dann Ruhe in Frieden, mein nackter Freund. Und hast du denn noch irgendwas, was wir einsammeln können? Ich glaube nicht. Das klingt jetzt auch irgendwie ein bisschen komisch. Ich meine so, liegt da noch irgendwo Öl rum oder so. Das klingt auch komisch. Ich glaube, ich lasse es lieber. Entschuldigung. Aber, Entschuldigung. Warum liegt hier überhaupt Stroh rum? Ha, ha, ha. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ist das schlecht. So, weiter geht's. Ignorieren wir das einfach mal. Ähm, wir haben einen Eimer gefunden. Den können wir doch sicherlich viel besser verwenden dafür, den Mother runterzulassen. als unser blödes Gefäß. Da ist ja auch das gute Blut drin. Das gute Zeug. Das wir natürlich jetzt nicht verwässern wollen. Ja. So, ach da, guck mal, da sind Rohre. Da könnten wir auch mal nach dem Schlüssel gucken, der da erwähnt wurde. In den Aufzeichnungen. Hm. Hm. Da ist der Schlüssel. Dem Rohr ist ein Schlüssel, aber man kann ihn nicht erreichen. Ich weiß aber wie. Ich weiß, wie es funktionieren wird. Na, wisst ihr es auch? Ah, probieren wir es einmal. Mal gucken, was da so drin ist. Hauptsache irgendwas Flüssiges. Das würde eigentlich schon reichen. Blut wird wahrscheinlich nicht so geeignet sein. Weil es so dickflüssig ist. Relativ. Wasser wäre schon besser. Und ja, wir kriegen tatsächlich Wasser im Wassereimer. Was können wir da jetzt reinkippen? Und dann müsste das doch da rausgespült werden, das Schlüsselchen, oder? Pass auf. Hier. Hier. Aufgenommen. Rostiger Schlüssel. Macht das Wasser jetzt wahrscheinlich nicht gerade besser. Das ist die Sache mit dem Rost, aber... Ist okay. Wir werden ihn gleich anwenden. So, und natürlich wieder ein bisschen Tageslicht. Einfach damit wir uns besser fühlen, weißt du? Hier ist das Schloss. Können wir damit noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Es ist aber wohl auch nicht unbedingt notwendig. So, ich hoffe, wir haben hier alles erledigt. Dann probieren wir mal, ob wir hier rauskommen. Mhm. So weit, so gut. So, und die Frage ist jetzt... Wow, 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 wow. Lauf. Ähm. Die Frage ist, wo wir rauskommen. Äh, ha, 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 ha. Oh, ich komme hier nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Oh, hier ist ja alles versperrt. Äh, schau nicht zurück. Ah, fuck. Hätte ich die Tür zumachen sollen? Ich weiß nicht. Rechts oder links? Rechts oder links? Da ist Licht. Shit. Okay, so viel dazu. Da ist Licht und ich gehe auch noch hin, weißt du? Haha. Jetzt hätte ich mir ja denken können. Oh, was ist das denn? Das ist ja alles rot hier. Mhm. Ho, 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 ho. Lauf. Daniel, lauauf. Ha, 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 ha. Genau. Fäckchen anzünden zwischendurch. Wir haben ja die Zeit. Ist das ein Level-Durchgang? Ja, Hauptschiff. Wir sind zurück. Als Hazel 15 wurde, hatte sie drei Jahre länger gelebt, als Dr. Tate vorhergesehen hatte. Ihre Eltern hatten vor Erschöpfung aufgegeben und sich entschlossen, sie für eine dauerhafte Behandlung im Hospiz in Canterbury einliefern zu lassen. Aber sie war noch immer am Leben. Sie umarmte ihn und wünschte ihm ein großartiges Abenteuer in Algerien. Gerade eben so geschafft. Aber heute klappt es einigermaßen mit dem Vorlesen. Ich glaube, ich bin irgendwie wach genug heute. Manchmal ist es sehr unterschiedlich. Je nachdem, was man so für eine Tagesform hat. Aber ist halt so, ne? Wenn man häufiger Aufnahmen macht, dann ist es halt mal so, mal so. Was soll man machen? Es ist halt authentisch so, ne? Ähm. Das ist jetzt aber nicht der Raum, wo wir da ursprünglich mal hochgekrabbelt sind. Ne, ne. Ich denke mal nicht. Da, wo wir die... Die Leiter hochkamen. Ne, ne. Aber da waren ja auch mehr Türen und so. Wir lesen einfach mal, hier steht bestimmt, wo wir sind und alles wird gut. Weißt du, hier stehen alle Informationen, die wir benötigen. Oder auch nicht. Mhm. Das Papier muss vergiftet gewesen sein. Alexander wurde still. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er konnte seinen auf der Kutsche sitzenden Freund nicht mehr wiedererkennen. Agrippa? 18. August, 1839. Brawa, Jan. Heute werden wir die Macht von der Kutsche, und letztendlich verraten die Schadow, die mich schütztend zu haben. Ich fühle mich, dass ich mich schütztend auf mich, und ich Angst für meine Leben mehr als immer wieder. Nur in der Boschstaden liegt ein kleines Zimmelmann, der Zimmelmann, der lebt mit seiner Frau und ihre drei Kinder. Das ist eine nette Abwechslung. Und so haben sie sich ein neues Opfer. Schweine. Oh Mann. Das Weinen hatte aufgehört und er konnte ein Flüstern aus der Zelle hören. Sie führten etwas im Schilde und er musste sie bestrafen. Die Gefangenen. Yeah. Da sind wir zum Glück wieder zurück. Ich dachte schon, oh, haben wir jetzt hier was verpasst? Ich wollte doch da noch gucken und so. Können wir denn irgendwas mit diesem Brunnen wieder rummachen? Ähm. Wie leuchtet es so rot, oder? Mal gucken, wer ist nur so vor? Hört das denn auf, wenn wir das hier wieder runter machen? Nee. Irgendwie schimmert es mal grünlich, mal rötlich. Ja. Schnittwunden und blaue Flecken. Damit mussten wir jetzt leben. Man kann ja nicht alles haben. Ich gucke nur ganz kurz. Irgendwie habe ich so das Gefühl, hier wieder irgendwas zu übersehen. Wahrscheinlich ist dem auch so. Das sehe ich dann hinterher immer beim Sichten der Aufnahmen. Und wir gehen auch wieder so ein bisschen, wir haben so ein bisschen Schräglage hier irgendwie. Äh. Der Schatten kommt näher. Aha. Ja. Ich glaube nämlich, das ist der Raum, wo wir ursprünglich herkamen, ne? Ja. Kommen wir da lang? Ähm. Also hier jedenfalls nicht. Nee. Wenn wir uns nicht wieder irgendein... Na. Können wir das nicht wegbewegen? Wenn wir uns nicht wieder irgendeine Säure oder so, eine Etz-Säure machen. Kommen wir hier wohl nicht durch. Und selbst dann ist ja auch alles verschüttet. Oh. Boah. Schreck mich nicht so. Hahaha. Ist ja hier noch irgendwas einzusammeln, bevor wir da durchgehen. Ich will da überhaupt nicht durchgehen. Äh. Sehe ich nicht. Ist wahrscheinlich auch nicht so richtig. Wir sind ja relativ gut ausgerüstet. Können wir da vielleicht rüber gehen, ohne gleich zu sterben? Äh. Äh. Geht so. Eine Wunde blutet ziemlich stark. Ja. Hier ein bisschen Laudanum. Können wir uns auch mal reinballern? Ja. Achso. Hier sind wir wieder bei der Treppe angekommen. Wenn wir nicht einfach runterjumpen, dann ist gut. Ja. Ja. Und die Dunkelheit nimmt auch irgendwie zu. Waren hier vorher nicht Fackeln? Hier sind alle Fackeln weg. Einfach gucken mal, wenn ich das Licht ausmache. Hohohoho. Dann ist aber hier, äh, ne? Schicht im Schacht. Hm. Dann geht's uns auch direkt nicht so gut. Hat sich denn hier noch irgendwas Neues dazu gesellt zum Einsammeln? Ursprünglich haben wir doch hier irgendwas gefunden. Irgendwie. Zunderbüchsen oder irgendwas. Nee. Nee. Ist uns nicht vergönnt. Aber gut. Dann gucken wir mal. Ja. Mensch, lass mich in Ruhe verflucht. Ja. Das Laboratorium ist jetzt auf jeden Fall offen. Wir gucken erstmal, ob unser Freund noch da ist. Wow. Hier hat sich's verändert. Ich habe dich verloren. Das Kastel trummelte und ich konnte, dass die Chancel kollapsiert. Das Laboratorium könnte mir accessibel werden. Ja. 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 Ich kann keine Ahnung wieder irgendwo hin verschleppt werden. Guck mal hier. Das ist doch eine kompakte Area. Da können wir uns jetzt auch nicht allzu sehr verlaufen. Und ja. Wir können uns irgendwas schönes basteln. Vorzugsweise. Das... Tonicum. Oh. Ich habe ein bisschen zu viel Energie, glaube ich. So. Hier können wir wahrscheinlich Drüse auspressen oder so. Unsere Drüse. Können wir da einfach mal reinstecken. Und bisschen auf die Tube drücken. Hier können wir mit Sicherheit... Mit Sicherheit nicht. Das ist übertrieben. Aber wahrscheinlich das Blut irgendwie ein bisschen sauber machen, reinigen. Funktioniert das vielleicht? Ja, klar. Es wird dann auch weiß. Das ist halt so. Tonicum nach Eiers Anweisung ist noch nicht fertig. Ja, das ist mir schon klar. So, ein bisschen Energiesparen hier muss auch sein. Die Drüse, die würde ich ja gleich mal auspressen wollen. Und den Schleim können wir vielleicht irgendwie hier so rausdestillieren. Wie auch immer das funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber das sieht doch ganz gut aus. So, was passiert jetzt? Weiß ich nicht. Ich würde irgendwie verdampft oder so. Klar, der ganze Knochen ist einfach weg. So funktioniert das nämlich. Natürlich. So. Und schließlich... Können wir das Ding noch bestimmt hier irgendwie... Weiß ich nicht. Muss das hier irgendwo hin oder können wir einfach so die Drüse da rein tun? Probieren wir es mal aus. Machen so. Der Saft sollte erst aus der Drüse gedrückt werden, wenn sich ein passender Behälter da drunter befindet. Ja, wollte ich doch eigentlich machen. Ach so. Wir müssen das Ding darauf anwenden. Gut. Gut mitgedacht, Daniel. Er hätte natürlich den Behälter auch vorher schon drunter stellen können. Oder nicht ganz so pingelig sein. Mit der Platzierung. Aber man muss ihn auch ab und zu mal loben. Den lieben Dude. Dann funktioniert das direkt besser. Das Tonicum wird nach Vyjas Anweisung hergestellt. Wird es das? Wird es das immer noch? Oder wie? Ja. Dann. Hm. Dann könnten wir natürlich... Äh. Wo? Äh. Ich weiß, da ist jemand... ...nicht so einverstanden damit, was wir hier machen, war. Ja. Du hast es geschafft. Ja. Ja. Jetzt, sehr gut. Erstmal, gib mir die Tonicum. Und dann, gib mir die Tonicum ab. Und dann, gib mir die Sauber, um zu spürt meine頭. Oh. Als die Tonicum beginnt zu arbeiten, du wirst auf meine頭 entfernt, ohne zu nehmen meine Leine. Haha. Dann, gib mir die頭 und es mit dir. Als du in die Gare, Alexander ist öffnbar. Es ist ein Irnenschen. Aber du meinst! Warum würden Sie das Garten entdecken? Wir können jetzt nicht argumentieren. Sie müssen uns argumentieren. Wie ist der Raum hier da? Oder wie ist das? Pass auf. Ähm. Hm. Ah ja. Na guck an. Knochensäge. Sieht ein bisschen kurz aus. Weiß ja nicht so recht. Oh. Woll ich nicht. Entschuldigung. War bestimmt eine Antiquität oder so. War bestimmt furchtbar teuer. Aber hey. Ups. Na sowas. Ach Alexander. Willst du nicht, dass ich das mache oder was? Huch. Es war ein Versehen. Ich kann nichts dafür. Der Schatten leitet mich. Hm. So. Hier noch ein Schlückchen. Und au. Au. Ja. Das habe ich jetzt davon. Haha. Ja. Shit. Okay. Mist. Das war ja klar. Okay. Habe ich verdient. So. Ein bisschen Laudanum haben wir aber auch noch aufgesammelt. Ein bisschen Laudanum. Brauchen wir denn gerade was? Einige Schnitt von blauen Flecken. Sollen wir uns einfach mal voll hochheilen? Alles ist gut. Gegen die Kopfschmerzen kann ich jetzt, glaube ich, nicht wirklich akut was tun. Außer halt ein bisschen Licht und so. Hier ein bisschen Tageslicht und ein bisschen Sonnen. Ah. Hm. Gut. Sie rührt sich nicht. Aha. Hm. Ich habe ja irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass hier gleich noch irgendwas rausgestiefelt kommt oder so. Haha. Könnte man theoretisch den Gang hier irgendwie... Du bist ein guter Mann, Mann. Und ich empfehle dich, Kumpel. Aber ich glaube, du hast mehr wichtige Dinge, die sich umgekehrt haben. Aus Recht. Tschüss. Ähm. Ne. Wir machen das jetzt schon. Wir können ja erstmal einen Kopf mitnehmen. Ob wir den dann benutzen. Können wir... ...dann gucken. Naja. Gut. Also erstmal Tonikum. Wir könnten erstmal versuchen, was passiert, wenn wir die Knachensäge direkt anwenden wollen. Ich hoffe mal, das... ...wenn wir uns mal probieren. Okay. 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 Erst ein Schlückchen zur Beruhigung. Zum Beruhigen. Zum Beruhigen. Off with the hat. Off with the hat. Alles klar. Alles klar. Ja. Ja. Ja.